Der Sport-Battle ist echt scheiße wie bei einem Mantel aussieht. Hallo und herzlich willkommen zurück. Neue Folge LOL. Mit einer Alex. Guten Tag. Kann das sein, dass jedes Mal wo ich jetzt dabei war, Looses waren? Das weiß ich gar nicht. Muss mal nachschauen. Ich glaube schon, oder? Eins haben wir gewonnen. Das war das Luxman. Ich bin quasi Luxman. Heißt, gerade eben hätte ich nicht Lux gespielt, wenn ich im Jungle gewesen wäre. Aber sonst... Mann. Die Wayne ist AFK. Cool. Das ist mir sowas von Rain. Lux versus Lux. Ich dachte gegen Temo spielen, das ist der größte Scheiß. Bist du top? Ja, das bist du. Du bist immer top. Mit Gangplaying. Gangbang. Na, Gangbang. Ne. Oh, mein kleiner Bruder ist bei mir so eine Frau mit Schuhen. Du brauchst das so ewig lange, sich richtige Schuhe auszusuchen. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab meine jetzt schon, aber auch schon eine halbe Weg gehört, also... Beziehungsweise ich hab dieselben in fünf Farben. Nenn sowas Internet. Ja, ich bin zuvor an mich schon über das Internet zu bestellen. Dein Laden heißt Deichmann. Oh, Product Placement. Und ich will nie vergleichen. Alex kriegt gerade 100 Euro dafür. Für jedes Mal, wenn er Deichmann erwähnt. Deichmann. Fuck. Ambridge. Ich darf gar einen fucking Temo spielen. Ich mach dir überhaupt keinen Schaden an der Lux. Das ist dein Problem. Ich werde dich mit meinen Fässern wegbombardieren, du Hurensohn. Ja, dann konntest du ja das irgendwo recht mitnehmen. Man sollte zuerst die Kugel skillen. Macht Sinn, irgendwo. Statt den Stun? Ja. Das hab ich dir auch schon öfters gesagt. Nein. Die macht viel mehr Entschaden an mir. Unfair. Loll. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte T-Wahn hitten. Ja. So siehst du aus. Nein, ich bin absolut scheiße. Gehörte gerade. Das ist unfassbar. Ach, das wundert auch keinen mehr. Jeder weiß, dass ich auch mit Blitzkrank scheiße bin, seitdem wir ein Video. Ja, das weiß man jetzt. Hey, wir müssen jetzt zusammen Bot spielen. Ich schon wieder. Dann mache ich aber Supporter. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube ich skill lieber als Skooking ziehen, wenn er eh meine Fässer kaputt macht. Ja. 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 Wenn mein Leben stinkt. Ach verpist. Ja. 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 Hæhä. Ja. Ja. das hat sich bei mir auch gebessert das hört man nicht so oft was versuch ist man hört mich aber immer trinken hat man ja am wochenende gesehen er hat sich gerade geflasht ich mich auch nice das video wird veröffentlicht das video wird veröffentlicht das hier jetzt einfach weil ich nichts mehr habe was ich will bei einer falschen ich hab zwar noch 800 bei einer falschen let's play ist aber es ist einfach nur zuvor in den thornspieler runter noch zu legen ich kann sowas nicht tut nur ha 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 jetzt weiß jeder dass ich die besseren sachen gemacht hat noch die macht das mit mir was wünschtest du dir vor allem in counterstrike die macht das sowas von mit mir in counterstrike oder auch nicht ich weiß gar nicht welches video es war habe ich da aufgenommen oh mann ich bin tot ich muss mal reinschauen ich bin gar kein spieler ich bin gar kein spiel doch und ich kann machen tschot ver früher war ich echt gut mit blitz das sagst du jetzt nicht mehr so ja ich war in wirklich immer scheiße kapper der ist noch so gut wie halb voll ja aber so gern bei alterne bayern einfach so mitmachen mit glück meine rechnung bezahlt bekommen so von 56.000 euro neues auto doppelte rausbekommen ja als ich war half life gut half life macht man so die weg bei luxe wenn man eine gute luxe die er hat bis jetzt erst plus 30 fähigkeitsstärke ich habe bis jetzt plus gar kein fähigkeitsstärke mann als wichtig gut gemacht aber übrigens die dreharbeiten für star wars achtsam angefangen es interessiert sich zwar ein scheiß aber mich interessiert es dann musst du mir sowas unbedingt erzählen auch nur dann auch nur dann es hört sich pervers an ist es wirst zwar sogar lachen aber wenn man eine neue fang hat dann ist sie ziemlich steif oder steif gesagt ich bin es das denke ich mir bei den luchs hier gerade auch die ganze zeit die will nicht sterben ist schon gestorben mein vorteil jetzt hat sie gerade geflasht jetzt bin ich gleich tot jetzt habe ich auch geflasht ja gut ja ein assist geholt ich muss mal hingehen die haben denn schon ja was mein für die low leute hier ist allgemein einfach gar niemand ich habe mir schon mal geschaut wo uns schwarz einen anderen schwarzen verprügelt hat das stimmt schon eigentlich kann man mal sagen muss man zwar nicht immer aber darf man einmal geht schon klar konnte sie meint ich darf aufnahmen nicht verwenden und das n wort vorkommt kommt bad boy ja ah fuck ich bin tot die ulti teilt die ganze zeit und die hat mehr leben als ich kann das sein die fahrzeugs auf schlimm hey ich kann mich auf der schule auch außer anex das ist gerade auch eingefallen ich finde es ganz cool wenn die luchs nicht so neffen würde ist eine luchs die nefft immer vor allem du wieso ich bin super ja lässt sich drüber streiten ja unser zwangler macht sich jo finde ich ok findest du auch jetzt ok jetzt nein findest du jetzt auch ok ja ja finde ich nicht schlecht auf jeden fall findest alles cool was ich dir sage ja ja der der hat mich halt noch kein einziges mal gegangt das finde ich nicht ganz so cool shit happens nicht rad aber use krisco geht k Bittesch ach man das kann doch jetzt echt nicht sein du hast überlebt ja als ob das gesehen mit was der verlieben überlebt hat das war klose ein mir geht ja ich bin tot kassig schrockt ich bin grad zum schweiß entfahnt vielleicht die luchs allein geht mir schon genug auf den sack und dann kommt noch dieser spaz da dazu also der jungler von den wenn er nicht bei einer gekillten schau mal wir haben schon wieder bei einem team war team heute schon mal an ich glaube er hat wieder sein xbox was heißt wieder der wurde ja in den ausgenommen black ops schau mal Was ist das? Nein! 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 Ich bin mein Verwalt in der Feuer! Nein! Ein anderes! Nein! 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 B**** Blut Na wenigstens hab ich ein bisschen Glück gerankt Hä? Was ist? Verreckt doch mal! Mann! Ja, er fängt nicht! Nein! Weißt du ihr Ulti erwischt mich so Wenn ich drei Zentimeter daneben stehe Ich ulti durch die durch mal wieder! Coole Sache! Was ist nicht ... ... ... ... ... Das ist sehr schrecklich. Eine andere. Mein ally hat sich schrecklich. Das ist besser. Ich habe mein Schiff verloren, aber nicht so gut. Du kennst doch von Shia LaBeouf, Just Do It. Heißt, der Typ ist gerade einmal auch nur drauf geflogen, ohne sich irgendwie anzustrengen und die hatte Half-Life. Wenn der einmal auch nur ein bisschen ganken würde, wäre die einfach andauernd tot. Insta-tot. Ja, so sieht's aus, weil der Typ fick... halt einfach auf mich. I don't give a fuck. Ein enemy hat sich geflogen. Aber wer quer losin line? Ja. Ja. Wie oft war K6 bei dir oben schon? Zweimal. Hm. Ich weiß gar nicht, was du hast. Nein, trotzdem tot. Geil. Da ist wohl ein Wort drin. Nein, ich weiß nicht. Ich hab ihn nur, die limite als Schmutz. Ja, ich weiß nicht. Sie werden es ein entspricht. Ja. Ich bin. Das ist etwas zu spätestens. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das von der Misgeburt half-life plötzlich Ja, wie das schon wieder trifft So behindert Ganz im Ernst, ich könnte so kotzen Wie was wieder trifft Das Ulti von der Lux Äh, nicht das Ulti, gerade Heißt, er soll doch die Lux bisschen attacken, dann wär sie tot, aber juckt ihn halt einfach nicht Don't give a fuck Ruhr lane sucks Still alive Hey 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 Ja, 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 ja. was will die Wain hier zeig ich die ganze Zeit ihre Lane ist verloren, ist jetzt rum geflamed alles Karsuk schuld, kach keine Ahnung ich sei das auf deiner Lane, alle sind auf deiner Lane fällt dich damit ab ich bin nicht deiner Claire Bear doch eigentlich schon der Böse, Claire Bear ey, ich kann's denonsten ich kann's nur so kotzen I will burn all it down and I can't have it ich mag it du willst die Damage machen, du willst's machen hm wir haben der Typ wieder und steilt beide, geil ich hab was das gut Assistent der Gankling on his way to you was anders ist ich auch ein Kehl holen? was anders ist ich auch ein Kehl holen? ich muss kein Crash mehr bringt mir nichts mir schon meine Ulti bestersetzen warum ist der so schnell? warum ist der so schnell ich habe sich gerade einen Huhn gest올t was? ja der Thresh hat gerade bei dem bei dem Jungle Achso, Fountain Bei mir überlebt die Lux immer mit so ungefähr 30 HP oder so, wenn ich Ulti Aber ich bin jedes Mal gestorben Bei mir überlebt die Schmerzen Die Schmerzen werden die Schmerzen Die Schmerzen haben sie gemacht Die Schmerzen haben sie gemacht Aber der Hook war leider zu spät, ansonsten wär's gar nicht so schlecht gewesen. Hör sich trotzdem verpissen, der geht mir auf den Sück. Warum ist er auch böse? Ja, die Ertrüstung und sowas gekauft. Nein, ganz immens hast du grad gesehen. Der Trash hat auch wieder mit 30 HP überlebt. Ich hab nicht gesehen, wo der jetzt hingelaufen ist, sonst hätte ich ihn gekillt. Nach unten. Ja, da war er aber nicht mehr. Nach dem Base halt, der ist komplett Base reingelaufen. Ja, da war er nicht mehr. Double kill. I'll hack my way back to Biltwater. Never. Ja. Ja, als ob. Ja, als ob. Ich hab nicht gesehen, was passiert ist. So, jetzt haben wir auch schon die Goldschlangen, äh, Gold-Silberschlangen. Da wird zwei und so ein Ulti. Passt alles. Passt alles. Also muss man aufstocken auf der. Ja. So, das ist das Upgrade. Hate is a child's word. A slow death will be their reward. Alter. Hast du es zufällig gesehen? Nein, ich stehe gerade in der Base und überlege mir, ob ich AFK sein soll. Nein. Mann. Dumme Idee. Ganz blöde Idee. Scam Cuts Cut Nu an. So, bisschen Farm geholt. Hängblei. Ich bin auf meine Zeit. Warte. 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 Ich bin auf meine Zeit. Warte, ich schwänd Private. Das war's für heute. Und welchen Anime hast du in heute geschaut? Kannst du mir immer noch Leech? Leech kann man immer empfehlen. Das ist auch mit dem Toten, was ja. Anders ist immer. Anime ist immer Toten, was ja. Außer von Peace. Bin grad einer von den schwulen Pilzen reingelaufen. Hat nur fast Half-Life gezogen. Der Jungler ist der einzige aus unserem Team, der wirklich was reißt. Das finde ich jetzt ziemlich hart von dir. Du hast meine Gefühle echt verletzt. Schau, seine Kills und dann deine Kills. Hallo, den hat er erst gekillt, weil ich es wollte. Ja, wahrscheinlich. Schau mal, ich hab Domino gebaut. Was ist das denn Domino, Alter? Bist du Domino? Ich nicht. Oh, wir haben auch einen Drake. Und er ist tot. Ich hab' den Sun getroffen, wenn es tot gewesen ist. Wenn du hier weiterfälligst! Ich bin mit Tschindra! Nein, Alex! Du bist zu gut. Nein! Ich bin mit etwas. Nein! Ich bin mit Mama. Nein! Ich bin mit Tristana! Der Käfer soll mal herkommen. Warum denn? Wer die Luxe ja Insta-Town. Insta-Town. Hat sich der jetzt in den Q reingesetzt, wer die Half-Life immer noch. Wie viel cooldown hat der ich denn, Ulti? 96? Hm. Warum? Das kann man nur so kurz vormachen. Was auch ziemlich kurz ist. Ja, ach! Ein Scheiß! Was? Weißt? Das... Das... Jeder Q von ihr hat immer auf mich getroffen. Egal, was ich mach. Verreck doch einmal durch mich, du Fotze. Verreckt offenbar durch mich. Alex will auch guter Junge sein. Ja, jetzt war er wohl zu blutig scheiße gelaufen. Was ist das? Das ist so effekt schnell, Alter. Das ist ein weh. Was ist das euer? Du bist ein weh. Nein, jetzt hab ich kein Ulti mehr. Weißt, wie bitter es ist. Du solltest mal weg der Fall von Gehen. Du bist noch ein Ulti. Ja, ich hab 800 Leben und trotzdem killt mich die mit oder sowas. Ja. Manchmal muss das ja mal die Xbox runterziehen. Ja, runterholen. Ja, runterholen, wie's halt. Nein, fand ich jetzt mal nicht mehr witzig sogar. So. Jetzt müsste ich mehr schaden, als die andere Lux machen. Denn jetzt, dass die Magic Pan hat. Die hat ein Item nur für mehr Leben gekauft und sonst haben wir nur beide dieses Buch, glaub ich. Warte mal, was sind die? Komm mal, furze. Wow, wie weit es mich gerade zurückgeschmissen hat. Sollte halt einfach echt nicht kämpfen, keiner von den Stars. Wir waren der Zutritt. Wenn jemand findet, ist es halt geil mit Kanonen rumzuballern bei uns draußen. Wo ich auch geil finde. Die machen ja sogar viel Schaden, wenn sie treffen, ne? Meine Fässer? Mhm. Die ignorieren 50% der Rüstung. Ja. Was ist das? Ich bin einfach nicht unbedingt schon. In 50% dann spürst du schon, wenn du 50% weniger Rüstung noch hast. Wenn du nur noch hast. Also ich von zweihundert nur noch hundert Stück und... ...이 Mehrheit verstet, ich weiß gar nicht, ob das stackt. A slow death will be their reward. On my way! On my way to stop them. Do anything. Come here! I'll get you! You piece of shit. That's quick. On me! I hope... ... ... ... Schuss Scheiße Schuss 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 Hauptsache sie juckt, oft wieder mich, ey. Fuht was meh Schuss 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 Die Wayne kann ja sogar auch viel Schaden machen. Hast du es gerade gesehen, der hat noch 500 Leben. Fresse zu. Machst du ja auch knapp 400 Schaden, aber dafür musst du halt erstmal an die Leute hinkommen. Ja. Ich hab auch gleich, bin auf voll alle Tempel. Ich bin mal ansatzweise. Hä? Ich bin nicht mal ansatzweise. Ich bin traurig, wenn ich mir nichts dazu angucke. Die Wayne ist tot. Aber dann hast du es getan. Ganz ernst, ich bin so schlecht gerade. Nice. 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 Best Flash EU West. Nice one. Soll ich sogar noch drauf? Fress doch einmal scheiße, du hässliche Fotze. Als deine Flash nicht so behindert gewesen wäre, wäre sie auch tot gewesen. Aber ich hab halt einfach überhaupt kein Glück im Spiel. Ich hab Glück im Spiel. Du hast Glück bei allem, was du tust. Das stimmt doch gar nicht. Du hast die Ich hab jetzt nicht immer Glück. Ich hab jetzt niet mehr Glück. Jetzt hab ich nicht immer Glück. Das war's für heute. Ja, der Typ pusht halt immer gemütlich vor sich hin so. Ich glaube, der ist dann vergessen. So. Entschuldigung. Mein Feld und der Hand. Kannst du mir verzeihen. Nicht so lucky. Der Typ hat angefangen wegzulaufen, als er noch 10 HP hatte. Hätte die Zeit genutzt, um einmal reinzuhauen, wäre er tot gewesen. Aber, wow. Tristanerfache. Das ganze Game ist einfach komplett gegen mich gerade. Du musst halt deine Fesche immer so in Ding stecken. Wie meinst du? Den Fesseln ins Gras. Meistens. Ich hab das übrigens verschnallt an, wenn man holt. Da kommt der Stealer raus. Einmal, wenigstens einmal. Richtig unnötig. Der Typ steht halt einfach immer nur an unserer Bess und pusht. Ich kann das mit KSX alleine machen. Jacken von gewissen Marken sind mega geil. Du musst doch endlich sp37-99 ao Abknessieren hämt. Alles schnapp sind echt wohl. Du musst doch nöpig. Das stimmt. Du musst doch nöpig. Darviste, die Transformers werden nicht mehr. Du musst doch nöpig und nöpig. Du musst du schon nöpig. Ich bin 8-Fort. Nein, kann nicht mehr. Der Drain! Der Drain! So shitty! Penta! Ich habe noch nie einen Penta geschaffen mit Temo oder so. Ich muss pushen halt jetzt durch. Das ist nicht so ein Scheiß-Game. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.